Hallo und herzlich willkommen beim Nachrichtenkanal des VfL Wolfsburg. Hier finden Sie aktuelle Nachrichten, Analysen und Updates rund um den Verein VfL Wolfsburg. Von spannenden Spielen bis hin zu den neuesten Transfer- und Marktgerüchten, wir sind bestrebt, Ihnen genaue und relevante Informationen über den VfL Wolfsburg zu liefern. Abonniere den Kanal, um immer informiert zu bleiben. Wechselt Branko van den Boumen vom FC Toulouse zum VfL Wolfsburg? Laut des italienischen Journalisten Fabrizio Romano vom Guardian sollen die Wölfe zu einem Kreis von Interessenten gehören. Der italienische Transfer-Marktexperte Fabrizio Romano hat am Freitag getwittert, dass der niederländische Mittelfeldspieler Branko van den Boumen seinen Auslaufende-Vertrag beim FC Toulouse in diesem Sommer nicht verlängern will. Der 27-jährige Mittelfeldspieler sucht offenbar eine neue Herausforderung und möchte sich alle Optionen offen halten. Als ablösefreier Spieler ist van den Boumen für viele Vereine sehr interessant. Vielen Dank, dass Sie unseren Kanal mögen. Abonnieren Sie ihn, um mit allen Informationen zum VfL Wolfsburg auf dem Laufenden zu bleiben.